Hallo, liebe Deutschlernende! Heute mache ich einen ganz besonderen Sport. Heute klettere ich. Das, was man macht, wenn man sich hier festhält und sich hochzieht, das nennt man Klettern. Ich klettere, du kletterst, wir alle klettern. Das ist die Deklination des Verbs klettern. Und das Nomen ist klettern. Und ich klettere gerne und ich habe heute ganz viel Spaß beim Klettern. Das war das Wort klettern und die Substantivierung des Verbs klettern ist klettern. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal!